SK-83 Es ist verdammt geil hier zu sein! Mit euch hier! Seid ihr noch richtig zu Gange heute? Bis dann, tschüss! B-It's Up! B-It's Up! B-It's Up! B-It's Up! Hey, was geht ab? Hier ist SK-83 und ihr seid mit mir zusammen hier beim Open-In Festival 2014 in Mannheim und gleich geht's los, ihr seht mich auf der Bühne. SK-83 SWEET! Mann, hab ich für eine geile Sprüge zu tun! LET'S GO! Alles klar, was geht ab? DJ Shovey, massive Töne, DJ SK. It's the man! Und ich will mit euch durchbleiben, habt ihr wollt euch zu drüben? Was geht ab? Mein Name ist Kars von den Orsons. Ich möchte grüßen DJ SK. Überkrass, Alter! Geht da hin! Das sind die besten Karten, Alter! Es ist unfassbar... Riesau! SK83! Boots! Wir bauen jetzt hier ganz kurz auf. Und in 5 Minuten geht's weiter mit uns, den Drunk Masters. Habt ihr Bock auf die Drunk Masters, Mannheim? Macht mal ja! Aber das ist auch okay! Ja, ich erwarte jetzt! Endlich bin ich hier! Na! Stark! Alles gut! Ja, Mannheim! Wir müssen uns schnapp. Wie kommt das denn? Und für die Drunk-Modern. Untertitelung des ZDF, 2020